Ha, es funktioniert. Nimmst du an? Ja, ich streame jetzt. Anscheinend, warte, ich bin immer noch am Ausprobieren. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Schaufahn. Ich bin live, aber ich hab kämpelt. Du bist hächtig, gar kein Schein. Wieder einmal sind wir am Start. Ich bin der Nico. Ich bin hächtlich. Ich schicke euch für den Link vielleicht. Ich bin frei. Spaß, mein Name ist Michael Spars. Was ist das hier? Sieht ihr mich? Warte. Ja. David Neumann. David Neumann. Mein Name ist Spaß, hab ich niemals gesagt. Seid mal leise, ich will nicht hören. Seid ihr was? Ja, wir sehen was, aber es ist deutlich. 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 Ja, ist ja okay, Robin. Halt die Fresse rollen. Ne, wir sehen nichts. Achso, jetzt hab ich mich geist. Ist alles gut. Mann. Weil wenn ich jetzt hier auf die Seite gehe, heißt es nur, dieser Stream ist offline. Aber hier oben steht live. Das verwirrt dich jetzt, äh, etwas. Seht ihr das auch? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ja, es ist live. Ja, es ist live. Livestream ist auch, äh, bei, ja. Ja, warum seht das dann nicht? Was ihr seht. Das sollte mir da hinbezogen werden. Trieb doch einfach bei, äh, League of Twitch. Nein, ich mach jetzt YouTube. Abonnieren. Oder du klickst einfach mal den Link an. Welchen Link? Welchen Link? Den du uns gesendet hast. Ich find, ja, auch ne Möglichkeit. Den du geschickt hast. Den du uns gesendet hast. Ich find, ja, auch ne Möglichkeit. Wann bin ich verwornt? Ja, das ist mega live. Das ist so, so live. Den du geschickt hast. Den du uns gesendet hast. Okay, schließ ich mal. Ich will mich doppelt so hören, Scheiße. Jetzt, unendlich scheife. LOL. Ich will doch weh. Obwohl, doch, warte, ich will zu... Ich will meine Stimme mal hören, wie klicken. Alter, das ist grad echt hart, dass ich mich so toll mal höre. Weil euch draußen mal höre. Obwohl, doch, warte, ich will zu... Ich will meine Stimme mal hören, wie klicken. Alter, das ist grad echt hart, dass ich mich so toll... Okay, los. Beginnen wir. Kann ich starten? Ja, ich kann starten. Herzlich willkommen bei... Kleiner Sprenger. Ich starte jetzt die Suche. Heute zu Gast bei mir... Manny Foxy. Hallo. Und wir haben noch einen weiteren Gast. Dir aber nichts zu sagt. Ich hab ihn voll krowelt. Aber sobald weibliche Zuschauer kommen, wieder hundertprozentig was sagen. Wir sind zwei Zuschauer. Und das bin wahrscheinlich ich und Robin. Ne, ich und... ... 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 Ist Beauty und Death ein Mädchen? Ist möglich Ich bin das Rollen geantwortet Na, halt, ich bin verfrissen Ist Beauty, ist Beauty Ja genau, die Frage würde ich gerade stellen Hallo Ist Beauty und Death ein Mädchen? Geht mir voll auf, Alter Von dem Element Was ist das eigentlich? Dann war ja so Dann Will jetzt mal mir jemand antworten? Nein Was? Ist Beauty und Death ein Mädchen? Ich weiß nicht mal, ob ich jetzt mit dem Stream rede Oder ob ich jetzt mit Robin rede Im Test Rede mal mit beiden Ach, ich muss bundeln Ich bin Dario Äh, Yasuo Du redest gerade mit mir Von Darian Ist Beauty und Death ein Mädchen oder nicht? Ich hoffe, ich sage dir doch die Frage stellen Hallo Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Ja, aber Nico hat Ahnung Was? Was denn? Wo ist denn? Ja, bei Air Kinos Stubbs, eine fragt Grill Wer ist denn jetzt Grill? Achso, stimmt Warte, da muss ich meinen Namen ändern Nickname in Grillfan Grillhunter Grillhunter So, jetzt heiße ich Grillfan Ne, ich heiße Weil ich Jetzt habe ich mich Grilldan genannt Super Warum heißt ich jetzt Grilldan? Warum nicht? Grillfan Grilldan Das war so komisch Ich war so unvorbereitet Fickt euch, ich gehe jetzt mit Fairteshire Tschüss Tschüss Dafür sterbt Alan, äh, Graves Oh Ich heiße nicht, Graves Jetzt reicht es mir nicht, ich werde zum Auto hier Dieses Rennauto hier Wir haben Kalios Support, wir gewinnen Läuft bei euch, tschüss Ich darf gegen Fisch spielen Warum trottst du mich fest? Niko, schau dir, kennst du am Morgen Tschüss User disconnected from your channel Weißt du was cool ist? Was? Das ist, wenn ich das Spiel verliere, dann werde ich wieder demoted, gell? Lass, wir gewinnen jetzt nicht Ja, du spielst mit mir, ich bin Mitte Ich bin scheiße in der Mitte mit Adila Aber hey, YOLO Ey Kein Ding Ich bin wirklich scheiße mit Z, bitte Hoffe ich jetzt nicht Ich bin zuerst Ich bin auch scheiße als Heckgericht Aber Du musst wissen, ich bin gut gegen Fisch Nicht gegen den neuen Fisch Aber gegen Fisch Das ist Fisch im Jungle, du spielst gegen Diana Easy lose Ah, leu Bitte lass die Waffe nicht verkacken Warum ist zurzeit so viel X in Sau Top Planes Weiß nicht warum so viel X in Sau Top Planes spielen Irgendwie schaffen dies, dass sie gefealed werden Ich will mich umbenennen Oh, kann ich sogar Nein, kann ich nicht WTF Doch, wenn du auf dem... Hauptsache dein Stream hat eigentlich mag ich nicht Niko, du Öschler Hä, ich hab... Soll ich auch gleich ein Livestream anmachen, um dir zu zeigen, dass ich es geliked habe? Das ist Jan Lass mich raten, du machst gleich ein Livestream an, damit ich mich dreimal unterhalten kann mit mir Ich hab... Ich hab... So, jetzt, hier Ja, ich hab verstanden, dass du einen Livestream an hast Achso Ich hab keinen Livestream an Achso Okay, wie egal Achso 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 Ja, Robin, haben wir es jetzt begriffen Achso 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 Niko Storm Niko Storm Niko Storm Niko Storm Niko Storm Niko Storm Kronk Ah, jetzt, werde ich später Niko Storm Niko Storm Niko Storm Niko Storm Kronk Niko Storm Niko Storm Niko Storm Kronk Mann, wenn jemand ehrlich sagt, da mag manchmal noch ein Viertel zwischen Schauern oder gehen Niko ist dumm! Ich spiel's nicht auf der Welt zwischen sich! Niko ist dumm! 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 Ja ey, hast du gerissen, dass da ein vierter Zuschauer drin war? Achso, ich rede grad mit Niko! Mit dem Livestream Niko! Da hat er mich getrollt! Getrollt! Getrollt wird nicht! Jaaa! Jaaa! Asia fick dich! Was denn? Ich hab das Robin ist dumm gelesen! Ich hab's gelöscht! Was würde Niko nur dazu sagen? Hat jemand von euch beiden den Stream an? Ja! Dann war das grad... Dann war das grad richtig passend! Und ich so... Was würde Niko dazu sagen? Okay, halt's mal Robin! Boah nein, jetzt redet Robin! Mann, nein! Jetzt redet er im Livestream! Aber jedenfalls hat Niko grade... Ich hab ja gesagt, was würde Niko sagen! Und mein Stream Robin hat so gesagt... Fick dich Asia! Fick dich ja! Fick dich! Fick dich! Wenn du nix reinpushst, dann kann ich früh kommen! Na ja, zieh dich vielleicht schon raus! Wir haben die im Jungle, fürs Oh nein, so makelos, und grenzenlos Ich sterbe Ich heiß Krillfelder, nicht Robin Heute ist es soweit, ich befreie meine Angst über Graben mich selbst Ich war nie da für mich selbst Ich war nur da für die Welt Nein, nein Mein Ignite kam halt nicht raus Und meine E kam auch nicht raus Hallo Zuschauer 3 Bis hat Flash raus Das ist so traurig, dass ich jetzt gegen die Anna-Alene verliere Geht keine Anna mehr, aber hat sie geflasht? Nein, hat sie nicht Also geht eh weg Doch, ach ne, Fizz hat geflasht Nein, Fizz hat geflasht Oh, was die Gegner im Team haben Sag mir nicht, die hat die Pee dabei Was die Flash noch hinterher? Bist du denn komplett boostet? Ich schau grad hier in Z-Spieler zu Ich weiß, das ist schon etwas komisch Eigentlich gleich mal das bleiben Warte, soll ich kommen? Warte, warte, warte Komme Chill, hab doch keine Energie Okay, seid geflasht, seid geflasht Wir haben halt drei Sekunden gefehlt für den Kill Ja, aber sie Ja, aber sie Wieso hast du Ulti? Nein Ich hab Shadow Ja, egal, sie hat ihren Flash draus, dann kriegst du sie safe Fünfte Minute, 15, Flash raus 15 Oh lol, Botlane Ah, Fizz, Botlane, gut Gut, die stirbt Ich mein, so hab ich halt mehr Zeit zum Forschen Nenn mich nicht Robin, ich heiße Krillfern Ich nenn dich jetzt noch mehr Robin Noch mehr Robin, wie kann man auch noch mehr Robin sein? Ja, Robin Mit ein wenig Vincent Bin ich Vincent? Soll ich da mal mit? Oh Komm, dann gleich nochmal mit Gut Ich mein, die verbraucht so viel Mana Ich Ja, aber grad Oh lol, sie ist bei mir Oh mein Gott Na schade, ich dachte, sie gehst rein, aber sie hat kein Mana Nein, ich hatte keine Ulti oder so Ja, aber sie hat kein Mana, sie hat nur Otter-Tags, deswegen Ich dachte, sie geht weiter drauf, deswegen hab ich Ghosts auch gemacht Alter Also, ich mein, äh Alles, was wir haben Mach, was du willst, aber mach mich nicht kapott Gib mir 5 Minuten, Liebe Also, ich kann mich nicht kapott sein, aber ich kann mich nicht kapott sein, aber jetzt ist es in der mitte du hast ja bisher übelst weit vorne vom fahren ich weiß war die scheiße fahrer bin halt nicht level 6 wer schon level 6 ist blöd er kann nix machen sie kann nichts machen warum hat sie eigentlich barriere dabei ist es nicht ich will mir aber nun wird schon sagt du kommst auch ich hab keine holz ist ja ich hätte sich ulti es wäre so viel leichter okay da ist geworden ich bin level 6 aber ich bin auf dem weg nach dem weg nach dem weg ja ich muss sowieso jetzt erst zurückgehen ich hätte die man in dieser füße ist echt liebend gern es ist nervig schlimmer als zeit sehr schön reingepusht vergesse alles nur für einen moment dieser lieb rick wir müssen halt das game schnell beenden ja ja in der top lane oh sie kommt weg was gut und kennen wir mal die märkte fänden ich versuche noch ein bisschen zufrieden die krägeln muss schauen wird nicht echt ohne manner wieder ist die behindert Dann kann ich grad eh nichts machen, oder? Hallo Zuschauer 3 Wo siehst du das Zuschauer 3? Bei mir werden die ganze Zeit 2 angezeigt Bei mir stand grad 3 da Grad Grad wieder weggelaufen Ja, ich hab grad die ganze Zeit nicht zugeschaut Aber jetzt hab ich grad eingeschalten, da stand grad 3 Ja, das steht dann da Achso, wenn man wieder anmacht Ah, Tam kommt mit der Schelle Fizz auch Oder brauchst du nicht grad mitte? Ja, eventuell, wenn Tami zurück in die Mitte kommt Ja, pass einfach nur auf, weil Fizz war auch grad da Ich helf mir nicht rein Die machen Drachen Oder die haben Drachen vorbereitet Oh, ich ping doch Ja, pass auf, pass auf Fizz war da Achso, ne, warte Fizz war botlane Kommst du mit? Kommst du mit? Äh, ne, ich will für's Tower holen Achso, okay, ja, macht Sinn Ja Von D hat kein TP mehr, kein Flash, nichts Oh, der stimmt, der stimmt Ja Oh mein Gott, Alter Willst du mich verarschen? Alter, das war so knapp Alter, das war so knapp Alter, das war so knapp Okay, ich glaub die Mitte hab ich aus dem Game genommen So vom Farmtechnischen her Ist gut Okay, ich glaub die Mitte hab ich aus dem Game genommen Alter Komm mit, ich komm mit, ich komm mit, ich komm mit Alter, macht der Damage Was? Was? Die Scheiße Alter Holy shit, Alter Easy Bauer Bisschen hinter der Mitte hin Nice, wir haben fast Tower, du ist okay Nice Oh, Schuhe ausgebaut Und Justly Dibut XD Wo ist denn der Dings Ich meine, ich hab jetzt schon so eingekrissen Soll ich noch, ich komm, ich warte, ich komm mit Vielleicht kriegen wir die noch Oder Oh lol Pass auf, pass auf, pass auf Wo ist der? Ich weiß es nicht Da Komm, komm, komm Ich hab grad hier mein Item Wir sind da, wir sind da Fiss Ich bin rot Herzlich gefiel, oder? Alles klar Fiss ulti Der ist da noch irgendwo Ja, der will mich haben Du bekommst den Heinz Oh mein Gott, Alter Is the first bad? Please Ja, was hat der sich denn gedacht? Ich war doch noch über 500 Leben, Alter Fucking Pony Fucking Ich glaub, ich glaub, ich komm auf den Hakade-Hacker-Warm Fucking Einhorn Ich mein, jetzt steht's hier in meinem Farmer in der Mitte Was soll das denn? Ist ja nicht so, dass ich Farmer behind bin Was, du? Ja, ich bin Farmer behind Ich seh schon, wie Farmer behind du bist Gegensatz zu der anderen Mitte Bin ich zwar nicht Farmer behind, aber Hat die Daxil geholt, wenn sie... Ah, okay Die sind ja nicht gestorben Ich dachte, hast du schon ne Töder? Ne Ich hab erst ne 30 Sekunden Ulti Ich hab erst ne 30 Sekunden Ulti Ich hab erst ne 30 Sekunden Ulti Ah, ja, italiener Spotline, warte ich komme Ich hab erst ne 17 Sekunden meinen Ansturm wieder Ich will aber Fiss haben Ja, das mag ich auch nicht Ja, das mag ich auch nicht Ja, Twitch mein ich Loll Ja, ich hab eh in 50 Sekunden Das Sieg grabe ich schnell machen Wo ist denn Twitch? Ja, Twitch ist schon wieder Ja, Twitch, 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 Twitch Ah, warte, warte, warte Halt hinauf, ich brauch noch etwas länger Ok, das ist recht, danke Biste sicher? Ja Danke Nice Ich hab 13 Sekunden Nice Ja, stimmt, Alter Ja Ja Krieg's erst Ah, D Oh, oh, Twitch kommt, Twitch, äh, äh, Fiss kommt Fiss kommt, der Ulti gleich hierher, der Ulti gleich Sagst ja Der Ulti Ja Jetzt auf ihn Oh, sie springt rein Ok, jetzt nicht mehr Ich komme Jetzt lauf, 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 lauf Nee, sie hat ja, Protopelt Oh, gut, Leute, da drin Ciao 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 Drax Protopelt, Alter Die ist halt reingesprungen in die Ulti Von ihm, mit, mit, mit ihrer, äh, E Weil wir müssen dann Drake bekommen Denkst, ich krieg den ja alleine, ja, gell? Warum sollte ich den ja alleine kriegen? Also ich versuch's Warum hat die jetzt eigentlich noch so viel Mana? Kriegste? Nice Äh Ich mach Blu auf und dann geh ich zum Drake, okay? Gut, man schaut, ne, obwohl, ich seh' nicht, wo, ich weiß nicht, wo der Fiss ist Ich auch nicht Ähm, zinn, 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 zinn Okay, sie gehen Drake, sie gehen Drake, sie gehen Drake Sie gehen Drake Halt's ab Halt's ab Ich bin aufm Weg, ich bin aufm Weg Oh Lord Hast du, hast du, hast du Ich mein, wir haben alles für uns beide benutzt Boom Kannst du eigentlich Stacks noch von Nee, nur von Adela Von Leuten bekommen, die du schon getötet hast? Ich kann von Ich seh's grad nicht Von Adela generell Bekomm ich Stacks Aber immer wieder, egal wie oft du sie tötest Zum Beispiel von Fiss hab ich Null bekommen, da er null AD hat Ich bekomm halt Das ist oft Bonus-AD, oder? Ja Also das, was man sich dazu kauft Ich bekomm, so gesagt 10% des Eingriffsschaden des Opfers So gesagt, bei Jin, wenn der AD geht Kommst du, kommst du hier zum River? Nup, ich Deathmitte Wir könnten den Fiss, achso, ne, warte Da war mein Fiss, komm, tutsch Pass auf, Fiss kommt Mitte, Fiss kommt Mitte Jep, ich seh's Wie sieht's eigentlich Topplane aus? 0-1 Hm, ich kann sich nicht beschweren Ja, ich hab genug Farm Okay, lass's drauf machen Das kriegen wir, wenn Fiss reinultet Oder wir holen uns erst die einen Ich bin der Sister Lass ich Katlin kill Oder LOL Jetzt lass's drauf machen Ja, sorry, ich hab meine W-Hatzen Die Titel Ich bekomm für Tam Arden Auch, pass auf LOL Tam wurde grad markiert Den will ich Scheiß auf, die brauchen Ich nehm Twitch Der hat uns aber gesehen, der ist weggegangen Ich weiß aber, so schnell ist der nicht Doch, der kriegt Movement Speed los Und seine... Aber noch nicht so weit Da hat der nicht so'n Okay Dann lass Tam Okay, die doch nicht, die gib ich zurück Ne, ich dachte schon Ähm, hast du ein Ward? Hast du hier rüber Ward? Nein, doch, warte ich hab'n Ward Aber ich weiß jetzt... Ohja, okay Fiss ist top line los Das machen Soll ich ihm helfen? Ich kann mir helfen Geh ihm helfen, ich krieg schon Oh ne, Fiss 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 Äh 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 Ich überleb' easy Easy guys Ich hab'n'Rolt hier Also falls der Okay, jetzt... Muss ich weg Haben wir Xan bekommen? Ich krieg'n ihm 1 für's 1 Ja... Nice... Ich hab... Ich hab' keine AD bekommen Wer hat'n'Kill für Dings bekommen? Du hast'n'Kill für Kench bekommen Ja, aber... Hä, warum hab' ich keinen AD bekommen? Er war markiert Richtig, Asi LoL trollt mich Unglaublich Ja, echt mal Ich kenn' die Hanna nicht kennen Das... Ist etwas abfuckender für mich Finde ich Ja, LoL ist los Das ist... Der Fiss wird halt Problem Mit... 7,5 Ah, das hat mir Kills halt sehe ich Geh' mal Mitte Wir müssen Mitte death'n Ah, die kriegt'n'Tower Halt's ab Oh ne, oh ne Sie haben die ganze Zeit sich nie gedeft' Oh, die Catelyn, Alter Echt jetzt? Dafür will ich'n'Tower auch haben Oh, geht's? Ja Ist... Was ist der markiert? Ne, ich weiß es nicht Da wird er Spotter'n'Farm holen Der Tower Ja Oh... Twitch ist Mitte Diana hat TP Ah, sieh' die Beat bot Ah... Okay, pass auf, pass auf Die kommen alle, die kommen alle bot Ja Oh, fuck Ich muss ja flashen, sonst werde ich geslowed Twitch ist hier aber schon irgendwo Ach, Kallo Jedenfalls müssen Fizz Nice Mit der Mitte fällt dafür Okay, der kriegt mich Fuck, Alter, da war ich zu greedy Der Twitch war da halt noch im Gebrüsch, halt Äh, was haben die denn hier? Okay, kriegen wir Top-Lane Tower? Hoff' ich mal Weil sonst macht die Top-Lane ja nicht viel Ja, kriegen wir Ja Ja Und sie bricht sogar noch die Pi ab Super Pass wir halt Achso, ich soll mich zu dir warten Ich dachte, ich soll so dir spawnen Ja, wir... Wir müssen den Twitch rausrollen Ja, ich fokuss' ihn gerne mal ulten Ja, aber du musst Fizz immer ulten Weil... Lol Die Ulti war daneben Aber da ist irgendwo Twitch Ne, Twitch ist Mitte Jetzt hätten wir theoretisch reingehen können Ah, wir holen die holen... Warte Ah, das ist scheiße Lass, lass das Wir können nix machen, weil der Gallio nicht da ist Und die Würfen auch nicht Da ist für's LOL Hat seine Ulti draußen Okay, wir müssen ja unbedingt draus fokuss'n Mal hinverkackt Man ist die Lust Wir können nicht 5 gegen 3 fighten Warum steht denn 9-3, alter? Kannst mich verarschen Die Botlande ist mit mir level gleich auf... Der Twitch mein' ich... Der Twitch mein' ich... ... ...nice... Mein' steck... ...gehör'n... Der Pulpi gell? ...hier... ...allein' ich nicht... ...hier... 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 ...wurde mal Drache... Oh die... ...wurde mal Drache... Ja, aber die... ...fighten, die brauchen uns hier oben gleich Egal... ...wurde Drache... ...ja, können wir auch gleich Drache machen eigentlich... ...ja, die kommt von hinten, pass auf... ...soll ich ihn holten? Nein... ...ja, ich wollt kurz Drache... ...hier... 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 ok die machen weg ab 1 2 haben es mal durch rein holten ja los macht wirklich tot kann man ja so wie uns alter dieser fiss twitch der macht viel zu viel der mädchen mit dem ich ausfugten können wir es vergessen alter ich bin doch läuft ich habe mich zu erinnern mann ein kanzler tisch ist so macht so viel schaden dass ich exeküten gesichert nein ich konnte nicht wollten ich kann nichts mehr machen bin fast aus dem gelben raus sechs 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 let's go nein 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 ist gefährlich jetzt ist fürs draußen aber tritt ist irgendwo ich sag's dir dann hier turret mann habt ihr ja ich hab ihn also er hat ihn bekommen ist botland oh die riven hast du den tor noch bekommen also wir haben den midland tor noch bekommen ja sie kommt weg neu wir müssen den twitch rausfokussen der fiss das kann ich machen der twitch ist bei mir schnell weg gegen mich ja ich versuch ihn äh also meine ulti bei allem zu treffen und dann ich komm jetzt hier mal auf meinem autist damit ich gegen christmas machen kann das kannst du ja ich bin gedacht das kann man es nicht so ich bin heute noch nicht so wie dieser hat mich ich bin heute noch nicht so ich bin heute noch nicht so ja also wir haben gewartet wo ist der switch wenn wir uns hinter uns hinter uns ne 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 der baitet der baitet ja da war der switch ich sag mal wenn äh Galio in seiner Ulti Sonja's am macht wen greifen sie dann eigentlich an? weil er taunt sich ja aber er kann in sich nichts von jetzt ach so es geht nicht warum baut er dann Sonja's? äh fürs Ulti und danach Ulti Pfff ich wende solange einer von denen leben können wir nicht pushen also twitter da mhm der war ein ganz guter Teamfight eigentlich wenn Galio seine Ulti gut trifft und dann ich reinulte dann kannst du wo ist der neue Kerl jetzt? den kill nicht zu weit chasen ja nicht das dann noch ja verstanden ja twitch bitte twitch bitte ich geh twitch ich geh zum twitch ach nein alles gefehlt alter ich musste ihn ulten oh mein Gott ich musste den twitch ulten damit ich ihn bekomme gehts oben? gehts? ja hast du ah ne ich hab keine ulten mehr ich musste ihn ulten er hat den tower bekommen ja ich war zu langsam ich hab Ghost aktiviert und eh alter die Split pushen so hart was wollen wir machen? wir pushen wir pushen wir pushen ich will ihn nixen tag noch machen ich will ihn nixen tag noch machen Kommt ihr weg, Adel? Ja. Ich hätte die nicht gern dem Tauer gehabt. Wird sich mit der Zwischensmitte. Wo ist denn? Ich weiß es nicht. Ich habe Fiss und Dings gefunden. Pass auf, pass auf, pass auf. So, da habe ich gefängelt. So, fassen. Ich hole mal kurz, na, kann ich nicht. Ich wollte gerade sagen, ich hole mal Kontroll-Word. Hast du noch Platz für ein Item? Nee, ich habe keinen Platz. Wenn ich meine Mauer auf dem Auto fertig habe, dann kann ich ihn holen. Aber doch, ja, warte mal, tschüss, das kann man vielleicht auch nicht rauskitschen lassen. Nee, ich mache es nicht rauskitschen. Wir müssen uns groupen und dann können wir... Ich will da aber nicht rein. Bis es unsichtbar, bis es unsichtbar. Einfach aufpassen, weil wenn Twitch jetzt reinkommt... Er kann sich saulang unsichtbar machen. Da ist er. Wo ist er? Wenn ich den Twitch nicht sehe, dann ist es blöd. Nee, ich habe gerade... Ich komme gleich wieder. Warum hat sie jetzt Ulti angemacht? Nein. Sie hat jetzt Ulti angemacht. Warte, warte, warte. Oh, nee, wir können nicht mehr warten. Alter. Okay, ich habe den Twitch, ich habe den Twitch. Oh, ich habe leider nichts ab. Hä, wie oft hat die den? Hä? Hat die nicht vorhin... Nein, nee, es war da... Ich kann den Twitch rausfokussen, aber dann ist er noch zinsauend, der Rest. Oh. Fuck, jetzt kriegen sie den. Vielleicht blöd, dass ihr ohne mich rein gegangen seid. Ja, die Riven ist engaged. Ihr habt die Rogelti einfach angemacht. Ja. Dann seid ihr ein... ...Hibitor bekommen. Ja, das war... ...leiter blöd. Ja, dann, wenn wir die... Aber mit dir fighten, dann kriegen wir es hin. Muss ich nur jemand helfen, den Twitch rauszufokussen. Weil ich kriege ihn meine E, äh... Da ist Twitch. Meine Ulti E, W, aber dann kann ich nichts mehr machen. Alter, halt der sich... ...fährt hoch. Ja. Okay, hätte ich jetzt Red Buff gehabt. Ja, der, der hat grad so'n... Ich glaube, Twitch... Ja, jetzt war ich mich genau dieses Sätzen. Ich glaube, ich habe die Glutiefs da. Wirken... ...brauchte ich hier. Oh, die Katelyn. Ich meine, ich kann jetzt momentan nur mit 1 gegen 1 nehmen. Das ist... ...Scheiße. Fessation, ja. Warte, jetzt kommt von hinten. Als ob mich die Scheiße getroffen hat. Lass die... User in your channel timed out. Ich kann nicht stacken. Ich habe nur 50 AD mehr. Und warum schreckt doch niemand, weil es ja pinkt. User entered your channel. Alles klar, hallo? Hi. Hä, wie der? Was war das? In den besten Momenten... Ich bin gestorben, gell? Ja. In den besten Momenten. Aber gut, ich dachte schon, es ist aus, Alter. Genau. Fuck. Ja, was ist passiert? Ich habe vorne geflamed. Was ist passiert? Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Oh, fuck. Ach, komm, mehr ist laut. GG, lass. Report vor allem. Ja, was willst du denn machen da bitte? Echt, ich darf nicht aus Bronze 3 rauskommen. Das ist so lächerlich. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich komme aus 2 Insta-Müller raus. Also ich gehe davon safe aus, weil das... Okay, hat Guardian Angels, vergiss es. Okay, es ist ja Guardian Angels. Mal nicht, es ist so lächerlich. Echt, es ist so lächerlich. Und ich habe noch einen Idiot. Und ein Kind, Niko, Alter, Ohno. Aber ich kann eh nichts machen, weil es jetzt hat er Guardian Angels. Wir hatten einfach keinen gescheiten Fokus. Ach, kommt. Natürlich bekommt er mich noch. Ich kann nicht sein, die sind alle so low. Mann, ich habe keine Lust mehr. Echt, raus und wieder rein und raus und wieder rein. Du ver- Drecks, Ruben. Das ist doch ein Dreck. Sie hat mir drei Kills gesteilt. Mit der Ulti, wo ich meine Ulti drauf habe. Ich bin demoted, ja. Bronze 3. Und schon wieder zu Bronze 3 runter. Es ist so sexy. Ich komme in Bronze 2 und insul wieder Bronze 3. Es ist dasselbe, weißt du? Als ich in Bronze 2 geschafft habe, hatte ich 41 Liga-Punkte. Habe dann wieder ganz oft verloren. Bis in Bronze 3. Jetzt dasselbe. Ich hatte 41 Liga-Punkte. Ganz halt verloren. Liga-Pronter 3. Es ist so geil, Alter. Nur wegen diesen Drecks. Twitch. Kotz. Die wäre eigentlich in unser Team gewesen. Wer? Äh, Twitch. Im ersten Game. Ich finde es einfach nur unfair. Die wäre eigentlich in unser Team. Naja, was soll ich? Mann, ey. Ich habe es in Bronze 2. Und dann droppe ich wieder in Bronze 3. Was soll der Scheiß? Ich war jetzt zweimal in Bronze 2. Und bin zweimal wieder gedroppt. Das ist so lächerlich einfach. Wieso? Ich bin immer noch Bronze 4. Ja, da wurdest du ja eingewenkt. Ich meine, von Bronze 5 bis... Äh, von Bronze 5 bis Bronze 3 war so leicht. Und jetzt hat... Bronze 3 komme ich nicht mehr raus. Da muss ich drinbleiben, irgendwie. Ich weiß nicht, was es ist. Ich... Häng einfach fest. Das war nur am ersten Game. Da haben wir in deiner Elo gespielt. Spielen wir noch eine Runde? Spielen wir in meiner Elo. Okay. Oder so sollte es normalerweise sein. Ja, mir ist egal. Also machst du noch eins oder nee? Ich mach noch eins. Okay. Die Frage ist, was spiel ich in... der Mitte, ey. Ich nehm wieder... Du kannst auf Jungle gehen, wenn du willst, dann geh ich Toplane. Nee, ich geh Toplane Jungle. Ja, okay. So kann ich nicht. Vor allem, ich hab das letzte Mal auch Toplane Jungle gemacht. Den K... den Kamm hätte. Ja, ja. Mann! Das ist ärgerlich. Oh, wirklich? Ja, ich glaub nicht schon mit der Aufnahme.